Hallo liebe Mathematikfreundinnen und Mathematikfreunde. Herzlich willkommen zum Video die Pralinschachtel als Prisma in Herzform. Also, ich habe so eine Schachtel mit Pralinen geschenkt bekommen. Nun ist sie leer gegessen. Mich hat nun mal interessiert, um welche geometrische Figur es sich dabei handelt. Was meint ihr? Ja, richtig. Es ist sinnvoll, diesen Körper als Prisma zu bezeichnen. Was interessiert nun bei diesem Körper? Ja, nun einmal das Fassungsvermögen. Das Fassungsvermögen können wir ermitteln, indem wir das Volumen des Körpers berechnen. Das Volumen wird mit dem Symbol V verdeutlicht. Interessant ist auch die Frage nach dem Materialverbrauch. Um diese Schachtel herzustellen, um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Oberflächeninhalt der Pralinschachtel berechnen. Der Oberflächeninhalt eines Körpers wird mit dem Symbol A Index O abgekürzt. Wie bestimmen wir das Volumen eines Prismas? Nun, es ist eigentlich vom Prinzip ganz einfach. V ist gleich Groß A mal H, nämlich die Grundfläche multipliziert mit der Höhe. Der Oberflächeninhalt AO eines Prismas setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Zum einen muss man den Flächeninhalt der Grundfläche Groß A berechnen und multipliziert ihn mit zwei, denn man hat eine Grundfläche und eine Deckfläche. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.